Ein dicker Kuss von dem Trainer von der Meister! Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Taktik Fox. Heute diesmal zum Bundesliga-Halfspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Damit gehen wir mal rein. Gut, ich denke Manu ist klar. So solltet ihr ihn auch sehen. Ich denke Harry ist auch klar. Innenverteidigung ist natürlich auch klar. Da kommen wir ja nicht drumherum. Muss er? Wie rum sie spielen, keine Ahnung. Ich mache mal so rum, weil der sich angeblich auf rechts bowler fühlt. Keine Ahnung. Rechter Verteidiger. Für mich ganz klarer Fall. Natürlich unser Neuzugang, der hier noch gar nicht drin ist, wie es aussieht. Das ist natürlich wild. Aber kriegen wir hin. Kommt noch. Die Seite ist nicht so schnell. Rechter Verteidiger. Mats Raui ist wieder da. Ja, hat heute nochmal ein paar Checks und so. Für mich trotzdem ganz klar. Boje. Mats Raui, wie gesagt, hat mich unterm Tuchel noch gar nicht überzeugt. Vielleicht findet er zu seiner Form nach der Verletzung jetzt. Ich weiß es nicht. Mal mitsehen. Aber ich denke, wir haben auch nicht umsonst 30 Mille ausgegeben. Und von daher feuerfrei für den Neuzugang. Linker Verteidiger. Das ist eine schwierige Kiste. Guerrero war halt unterirdisch als Rechtsverteidiger. Defensiv. Das kann man nicht nur damit erklären, dass es die verkehrte Seite war. Also keine Ahnung. Das ist gerade irgendwie. Ja, ich würde den Davies nehmen. Machen wir es kurz und schmerzlos. Natürlich. Guerrero können wir als Alternative dahin machen. Bei Bouye können wir natürlich Mats Raui, sofern er dabei ist, als Alternative hinmachen. Okay, das geht anscheinend nicht. Mild. Naja, egal. Warum Davis? Ja, Gladbach hat schnell der Spieler. Gladbach möchte schnell umschalten. Und von daher würde ich da schon den Speed mitnehmen. Im Gegensatz zu Guerrero. Hätte er jetzt irgendwie überzeugt. Hätte ich gesagt, ja, lass mal den Guerrero ruhig starten. Aber so würde ich persönlich mit dem Davis starten. Mittelfeld. Ja. Sollte auch klar sein. Stellt sich hier auch von alleine auf. So ein bisschen. Wobei man natürlich auch auf dem Goretzka in Anführungsstrichen vielleicht verzichten könnte. Und mit dem Musiala auf der Acht spielen könnte. Und mit dem Müller auf der Zehn. Wäre vielleicht auch noch eine Geschichte gegen. Ich weiß nicht genau, wie Gladbach spielt. Aber ich würde erstmal die Schose mit dem Goretzka machen. Weil das eigentlich ganz gut aussah. Ja. Und Pavlovic jetzt da den nächsten wieder hinschmeißen, mit dem er da zusammenspielen soll. Also denke ich, wäre das erstmal okay. Aber wie gesagt, die Alternative ist natürlich da. An Musiala geht natürlich auch kein Weg dran vorbei. Auch aufgrund der Leistung, die er gezeigt hat. Aufsteigende Form. Muss noch ein bisschen die Pässe besser hinkriegen, seine Mitspieler einzusetzen. Dann ist er auch wieder auf einem richtig guten Weg. Und bei mir würden natürlich, lass mich suchen, 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 Tell und Sané, sonst ist er. Ja, wir könnten über Müller reden. Aber Müller, weiß ich nicht. Also die letzten Einwechslungen waren auch unterirdisch. Ja, da warte ich einfach auch ein bisschen mehr. Ja, Sané offensiv nicht wirklich gut. Gar keine Frage. Hat aber defensiv mitgearbeitet. Das wird gegen Gladbach auch wichtig sein. Und ansonsten hast du ja den Saragossa jetzt, weil das der jetzt, der gerade einen Tag da ist, das erste Training mitmacht, dass der dann direkt in die Startelf kommt und dafür in Sané rausgeht. Machen wir uns nicht so, das passiert nicht. Wenn, dann wird er wahrscheinlich einen Tell weglassen und wird ihn da aufstellen. Das wäre aber auch wieder ein Schlag ins Gesicht für einen Tell. Also bei mir wird Tell beginnen. Und wie gesagt, man kann jederzeit zur Halbzeit reagieren. Man muss da nicht immer bis zur 70. warten. Und dann kann man einfach mal einen Spieler austauschen. Das soll ja gar nicht das Problem sein. Ja, das wäre meine Ausstellung. Ja, über Davis können wir mit Sicherheit streiten. Aber wie gesagt, von der Defensivqualität her haben die sich beide nichts getan gegen Augsburg. Und von daher, ich würde den Speed erstmal mitnehmen. Mal gucken, wie Fonzi drauf ist. Klar, sollte das unterirdisch sein oder sowas, ja, da muss man mal ein Zeichen setzen. Aber für mich war es auch gegen Augsburg auf jeden Fall verbessert zu den Spielen davor, was Fonzi gezeigt hat. Ja, von daher wäre das meine Ausstellung. Viele Alternativen wir so anders machen könnten, haben wir nicht. Ja, wie ich schon sagte, wir könnten überlegen, Musiala auf die 8 zu ziehen, Goretzka nicht aufzustellen und Müller auf die 10 zu stellen. Und dann Sané und Tell außen. Du kannst aber auch das Variable halten. Du kannst Tell und Kane auf eine Höhe stellen. Das beide stürmen. Spielt es dann nur mit dem Pavlovich als Sechser. Spielt es, zieht es Müller, zieht es Sané wieder nach links, Müller nach rechts. Wäre auch alles eine Möglichkeit, aber erst mal, um zu gucken, ob die Mannschaft sich ein bisschen gefangen hat gegen Augsburg, würde ich sagen, machen wir da gar keine großen Änderungen. Da würde ich auch mal den Tuchelweg gehen. Ja, weil der Konkurrenzkampf, der ja eventuell da ist, ja, was ist das? Guerreiro und Davis. Ja, also ich denke nicht, dass Mats Raui schon so weit ist, dass er in den Konkurrenzkampf gehen kann. Gut, nehmen wir den dabei, dann wäre das der zweite Konkurrenzkampf. Alles andere. Krätzig, ja, den gibt es, aber der hat so wenig Spielpraxis. Macht gar keinen Sinn. Schupo Muteng, dasselbe. Ja, man kann über Müller diskutieren. Aber ganz ehrlich, die letzten beiden Einwechselungen waren unter Edith schon Müller. Das ist keinerlei Rechtfertigung, dass er in der Startelf zu stehen hat. Ja, man kann argumentieren, dass wenn er in der Startelf steht, besser ist. Weiß ich nicht, bin immer auch ein Freund davon zu sagen, musst du dir das dann auch irgendwo verdienen. Klar geht das über Training. Training sehen wir nicht. Ja, ich habe es ja gesagt, die Alternativen, die da wären, die taktischen Änderungen, die man während des Spiels auch vornehmen könnte. Ja, das wäre gar kein Problem. Ja, haut mir wie immer gerne eure Aufstellung raus, euren Tipp zum Spiel. Natürlich auch. Ich habe ja, wie im Stream gesagt, 3 zu 0 getippt. Ist weit aus dem Fenster gelehnt, das weiß ich. Schauen wir einfach mal in diesem Sinne. Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Ich hoffe, wir sehen ein schönes Spiel in diesem Sinne. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne nochmal, rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von dem Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist nicht ein Idiot. Ein Trainer sei, sehe, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer. Und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer. Und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Uh, magic.